Eins in den 90er Jahren gab es einen vielversprechenden Nachfolger des klassischen Mac-Betriebssystems, nämlich B.O.S. B.O.S. war eines der wenigen Betriebssysteme, die eben auf einem Power Mac oder eben auch auf einem Mac liefen und wurde entwickelt von der Firma B. Incorporated. Leider ist im Jahr 2000 das letzte Release rausgekommen und bis zu Release 6 hat es das System nicht mehr geschafft. Das Unternehmen B. Incorporated hat die Weiterentwicklung eingestellt und sich anderen Projekten gewidmet. Mittlerweile gibt es die Firma auch überhaupt nicht mehr. Wenn ich jetzt hier auf die Seite B. Incorporated.com gehe, dann komme ich zu einem Registrar, wo ich die Möglichkeit habe, diese Domain zu erwerben. Aber das Betriebssystem B.O.S. ist nicht gänzlich in Vergessenheit geraten. So wurde der Quelltext dann öffentlich zugänglich gemacht und zur freien Verfügung gestellt. Und daraufhin hat sich ein Projekt gebildet namens Haiku. Und Haiku ist somit der offizielle Nachfolger oder der offizielle Erbe von B.O.S. Haiku hieß damals noch Open B.O.S. oder Open B. Und jetzt eben Haiku. Und dieses Betriebssystem, das schauen wir uns heute mal an. Da bin ich mal sehr gespannt. Also schnapp dir einen Tee. Los geht's. Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag. Es ist wieder Sonntagzeit für Sonntags-O.S. Und heute widmen wir uns mal einem Betriebssystem, was eben kein Linux-Betriebssystem ist und auch nicht auf Linux oder Unix oder Ähnliches basiert. Sondern es ist das Nachfolgeprojekt des Klassikers B.O.S. Haiku. So, auf der Seite haiku-os.org kommen wir eben hier auf diese, ja, schöne Seite. Und wir sehen hier auch schon, Haiku ist Beta 4. Das ist ähnlich wie React OS, so ein Windows-Clone. Feinbar eine ewige Beta. Zu React OS habe ich schon mal ein Video gemacht. Findest du hier oben auf dem i. So, dann, ja, können wir uns hier im Prinzip die ganze Seite anschauen. Allerdings gehe ich jetzt hier direkt mal auf Download. So, hier werden wir auch noch mal darauf hingewiesen, dass Haiku eben nur von einem, von einer kleinen Gruppe Freiwilliger entwickelt wird und somit die Entwicklungsstadien sehr, sehr lange dauern. So, hier werden dann auch ein paar Mirrors angeboten. Ich probiere mich jetzt einfach mal an einem Torrent und hoffe, dass genug Seeders sich finden, die das Ganze hier entsprechend laden. So, das ging dann doch recht zügig. Das hat, ja, knapp zwei Minuten gedauert, wenn überhaupt. Das heißt, es waren genug Seeders da. Das finde ich sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, dann schmeißen wir das Ganze mal auf einen Stick. Haiku. Einmal öffnen. Dann mein Sanddisk 3.2 USB-Stick. Einmal auswählen. So, dann ist das Flashing auch schon fertig und dann können wir den Stick mal in den HP Laborrechner reinmachen, denn ich installiere Haiku auf echter Hardware und nicht in eine virtuelle Maschine. So, und dann sind wir hier in meinem Boot-Auswahl-Menü, in meinem, ja, Devices-Menü vom Rechner selber und hier wähle ich dann mal ein USB aus. So, und dann wollen wir mal schauen. Die Sprache ist Deutsch. Tastatur ist ebenfalls Deutsch. Haiku installieren. Jawohl, das nehmen wir. Wir wollen es installieren. Dann haben wir hier ein paar, ja, Informationen zu Haiku OS. Ich mache einfach mal weiter. So, für die Installation wurden keine brauchbaren Partitionen gefunden. Bitte Partitionen erstellen und zumindest eine mit dem B-File-System formatieren. Okay, das ist sehr, sehr interessant. So, Zielpartitionen wurde hier keine gefunden. So, dann machen wir mal optionale Pakete einblenden. Das ist wahrscheinlich das, was alles nachher installiert werden soll. Dann lassen wir das mal weg. Und ich gehe mal auf Partitionen einrichten. So, hier müssen wir natürlich sehr, sehr vorsichtig sein, was jetzt hier gelöscht wird. Denn hier ist auch mein Server drauf und den möchte ich natürlich nicht löschen. So, aber die Veno Score, wo jetzt hier Android X86 drauf ist, das war ein, ja, ein Showview für ein vorheriges Video. So, das werde ich jetzt hier einfach mal löschen. Da gehe ich hier auf Datenträger. Ah ja, Datenträger initialisieren. Und dann kann ich hier entweder GeoID Partition Map oder Intel Partition Map. Ich nehme mal an, das wird dann GPT und MBR sein. Ich gehe jetzt hier einfach auf der Veno Score auf GeoID Partition Map. So, jawohl. Änderungen schreiben. Okay. Und dann machen wir einmal hier. Anlegen. Und ich werde jetzt hier einfach mal Anlegen machen. Ich weiß nämlich nicht, was an Partitionen überhaupt gebraucht wird. Ob man eine separate Boot Partition braucht oder ob das hier ausreicht. Das werden wir wahrscheinlich gleich sehen. Ah ja, hier steht ja nicht formatiert. Also mache ich rechtsklick, formatieren und dann BI File System. Da einmal weiter. Jawohl. Dann Blockgröße und so weiter. Dann lassen wir das, was empfohlen ist. Und dann sage ich einmal formatieren und schreiben. Okay. Und dann gehe ich jetzt hier wieder raus. Und dann schauen wir mal, ob die Zielpartition jetzt gefunden wird. Jawohl. Die wird gefunden. Und dann werde ich einfach sagen, werden wir hier alles mal auswählen. Es sieht aus, als wenn das alles schon ausgewählt ist. Dann ist das okay. Und ja, dann warten wir mal ab, ob das funktioniert. So, die Installation scheint ja ziemlich zügig zu gehen. Und das war es im Prinzip auch schon. So, jetzt kann ich im Prinzip einmal neu starten. Los geht's. So, sehr schön. Jetzt startet Haiku. Und da sind wir auch schon auf unserem Startbildschirm oder Desktop oder wie auch immer. So, ich mache jetzt hier erstmal einen Rechtsklick irgendwo in die Mitte, um zu schauen, was dann passiert. Und so wie es aussieht, finde ich hier ein Menü. Das hat so ein bisschen was Openbox-mäßiges hier alles, was völlig in Ordnung ist. Das ist eine schöne Umgebung. So, was haben wir hier? Erstmal fällt mir halt auf, dass auch wirklich alles auf Deutsch ist. Das finde ich sehr, sehr gut. Finde ich sehr, sehr schön. Und wir fangen mal an zu schauen, was hier alles so auf dem Desktop ist. Der Papierkorb ist klar. Es gibt einen User Guide. Den wollen wir uns mal angucken. Ich werde jetzt hier mal Doppelklick drauf machen und gucken, was passiert. Ich habe da nicht richtig drauf geklickt. Jetzt habe ich da richtig drauf geklickt. Jawohl. So, dann öffnet sich ein Browser-Fenster und im Prinzip das Handbuch auf Englisch, wenn ich das hier richtig sehe. Ich kann mal schauen, ob das es auch auf Deutsch gibt, wenn ich hier einfach DE eingebe. Ah ja, das funktioniert also. Also, einfach hier aus dem EN ein DE machen in der Adressleiste und dann funktioniert das auch. Dann gibt es das ganze Handbuch eben auch auf Deutsch. Und hier wird im Prinzip alles erklärt, was man hier so findet. Da kommen wir aber gegebenenfalls nochmal zurück. Ja, und hier wird einem alles erklärt, was man eben mit BOS so alles machen kann. So, machen wir mal wieder zu. So, dann haben wir die Quick-Tour. Die lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Auch hier steht Welcome Quick-Tour EN. Gleich mal auf DE machen. Und voilà, schon haben wir es auf Deutsch. Sehr gut. Und hier kann ich jetzt im Prinzip die komplette Tour machen und die ganze Seite im Prinzip kennenlernen. Ich frage mal, ob ich das hier irgendwie größer kriege. So, Willkommen. Das ist die Seite, in der wir uns befinden. Dann wird hier die Deskbar beschrieben. Das ist also das hier oben. Ein Klick auf das blaue Blatt öffnet das Deskbar-Menü. Ein Rechtsklick auf ein Icon zeigt dann das entsprechende Kontextmenü. Okay. Und hier drunter öffnen sich quasi immer oder sind die ganzen Programme geöffnet, die gerade laufen. Also laufende Programme. So, dann gibt es noch die Beschreibung des Fensters. Da muss man sich auch ein bisschen umgewöhnen. Also hier links ist dann Fenster schließen und hier da vorne ist dann Maximieren, Minimieren. So, in den Einstellungen vom Tastatur-Layout kann der Standard, die Befehlstaste von STRG auf Alt und umgekehrt geändert werden. Also wir kennen das ja bei Windows, aber auch unter Linux ist mit STRG C zum Beispiel kann man im Terminal ein Programm beenden unter Linux. Und das muss man dann hier bei Haiku mit Alt C machen. Das lässt sich wohl aber in dem Tastatur-Layout entsprechend ändern. Sehr gut. Und dann möchte ich mal noch den Twitcher mir anschauen. Der Twitcher, wenn man STRG TAB hält, öffnet sich der Twitcher, mit dem sich zwischen laufenden Programmen hin und her wechseln lässt. Das heißt, okay, das kennt man so ähnlich mit Alt-Tab unter Windows oder Linux auch. Gut, soll es erst mal zur Quick-Tour gewesen sein. Da kann man sich alle möglichen Sachen an. Schauen, Replikant finde ich sehr, sehr interessant. So, dann gibt es hier ein B-Book. Das schauen wir uns mal an. So, das ist wahrscheinlich, hier gibt es das Scheinbar nur auf Englisch. Wenn ich das hier richtig sehe. Hier, jawohl. Und das ist, so wie es aussieht, ein sehr umfangreiches Handbuch, technisches Handbuch zu BOS bzw. zu Haiku. So, dann gibt es hier einen Ordner Home. Das ist dann, nehme ich mal an, das ganz normale Heimverzeichnis. Hier kann ich dann im Prinzip meine eigenen Dateien ablegen. Da gibt es Desktop-Mailen. Also eigene Dokumente, eigene Bilder, eigene Musik gibt es hier als solche nicht. Das kann man aber sicherlich anlegen mit Rechtsklick und dann Neu und Neuen Ordner. Und dann kann ich zum Beispiel einen neuen Ordner anlegen. Hier steht auch mit Alt N kann ich ebenfalls einen Ordner anlegen. Ich will mal schauen unter Config. Da öffnet sich dann immer ein neues Fenster, wenn man einen Ordner öffnet. Und dann finden sich hier dann die entsprechenden Einstellungen. So ähnlich wie das .config-Verzeichnis unter Linux, was ja auch jeder in seinem Heimverzeichnis im Prinzip hat. Da gibt es ja dann auch diesen versteckten .config-Ordner, der eben die persönliche Konfiguration enthält. Sehr gut. Also das Heimverzeichnis Home. So, dann einmal weiter. Und hier haben wir entsprechend das IQ-Laufwerk im Prinzip. Da gibt es dann Home, da gibt es einen System-Ordner. Und so sieht dann das System aus. Es ist so ein bisschen eine Mischung aus, wie man das von Windows kennt, mit dem C-Laufwerk, als auch das Root-Verzeichnis unter Linux. Ist so ein bisschen gemixt. Es gibt einen Lib-Ordner und einen War-Ordner, aber alle anderen Ordner sind dann quasi dann doch sehr unterschiedlich zu dem, was man von Linux kennt. Hier haben wir dann auch den Kernel und den Bootloader. Der ist quasi direkt hier vorne im Root-Verzeichnis mit drin. Hier gibt es auch noch einen Boot-Ordner, der aber anders aufgebaut ist, als das, was man so kennt. Gut, das war erstmal sehr interessant. Das ist sehr befremdlich. Was mir natürlich aufgefallen ist, dass hier kein Nutzer angelegt werden musste. Das heißt, ich musste mich jetzt hier nicht einloggen oder so. Müssen wir mal schauen, ob das überhaupt funktioniert, dass ich mich hier irgendwie einlogge. Zuallererst will ich mal hier auf das Blatt draufklicken. Und dann schauen wir mal, was wir hier so alles machen können. Hier gibt es die Deskbar-Einstellungen. Das ist ja die Deskbar hier oben. Die kann ich dann hier entsprechend einstellen. Kann ich zum Beispiel die Symbole etwas größer machen. Das finde ich sehr gut. Dann machen wir den Tracker ruhig so groß. Immer im Vordergrund automatisch nach vorne holen und ausblenden. Das können wir alles so lassen, wie es ist. Okay. So, herunterfahren. Das kann ich dann ausschalten und neu starten. Okay. Letzte Dokumente. Das sind dann die, die ich geöffnet habe. Die letzten Dokumente. Genauso wie die letzten Ordner, die ich irgendwie geöffnet habe. Finde ich sehr, sehr gut. So, dann letzte Anwendungen. Da haben wir hier Web-Positiv. So heißt es wahrscheinlich dieser Web-Browser, Web-Positiv. Netzwerk-Status, Prozess-Controller und noch irgendein Check. Aber viel interessanter sind die Applications. So, Activity-Monitor. Gut, der sieht sehr interessant aus. So wie es aussieht, handelt es sich hierbei um ein Replikant. Jawohl. So, und das Replikantensystem, das muss man hier ein bisschen erklären. Replikant ist so ein bisschen sowas wie ein Desk-LED, könnte man sagen. Was man so als Desk-LED kennt. Und zwar sind das spezielle, im Prinzip ist ja dieser Activity-Monitor, wenn wir mal Replikant entfernen, so im Prinzip ist dieser Activity-Monitor enthält im Prinzip zwei Desk-LEDs, könnte man sagen. Und diese werden angezeigt. Das sieht man jetzt sehr, sehr schwer. Ich weiß, das ist jetzt durch die Auflösung ein bisschen schwer zu sehen, weil das jetzt wirklich sehr hoch aufgelöst ist. Aber hier unten befindet sich so ein kleines, ja, das könnte eine Hand sein oder ein Schraubenzieher, ich weiß es nicht. Das ist sehr schwer zu erkennen. Hier ist auf jeden Fall so ein kleines Symbol. Das ist das Replikantensymbol. Wenn ich ein Fenster öffne oder eine Anwendung und ich finde hier so ein Symbol, kann ich das gedrückt halten und einfach auf meinen Desktop ziehen. Und dann wird diese Anzeige als Replikant, also repliziert als Desk-LED auf dem Desktop. Und das kann ich hier mit beiden machen. Und dann kann ich das Activity-Fenster auch wieder schließen. Und dann habe ich hier im Prinzip, ja, ein Desk-LED, den ich dann ähnlich wie bei Conky zum Beispiel unter Linux eben hier auch aufbauen und nutzen kann. Und wenn ich das nicht mehr möchte, mache ich einfach rechtsklicken und dann Replikant entfernen. Das sind Replikanten. Sehr, sehr interessant. Hier kann ich sogar noch zusätzliche Sachen einstellen, zum Beispiel was jetzt hier überhaupt angezeigt werden soll. So machen wir aber hier Replikant entfernen. Wieder weg. Sehr cool. So, was haben wir sonst noch? PDF-Viewer, BPDF, wir haben einen PDF-Viewer. Character-Map, das ist im Prinzip, ja, eine Liste der Satzzeichen. Kodicam, also eine Webcam-Anwendung. Ein Taschenrechner. So, auch der Taschenrechner ist ein Replikant. Das sehen wir auch. Hier ist dieses Symbol. Das halte ich fest, ziehe das hier drauf. Und dann kann ich diesen Taschenrechner im Prinzip als Desk-LED-Anwendung hier auch nutzen. So, dann haben wir hier Disk-Probe. Das ist im Prinzip das, was wir schon hatten, wo wir Festplatten formatieren und partitionieren können. Drive-Setup, einen Expander gibt es. Das nehme ich mal an, wird ein ZIP-Programm sein, ein Entpack-Programm, wo ich genau Sachen entpacken kann. So, das hier ist zum Beispiel eine Anwendung, die kein Replikant ist. Ja, hier sieht man, das ist eine ganz normale Anwendung, aber hier fehlt eben das Replikantensymbol. Das heißt, dies kann ich eben nicht als Desk-LED hier irgendwo ablegen. Macht auch wenig Sinn. So, Geräte. Da werden dann alle Geräte angezeigt, die hier im Prinzip verbaut sind. So, dann gibt es das Haiku-Depot. So, dürfen anonyme Nutzerdaten von diesem Computer an Haiku-Depot-Server geschickt werden. Diese Option kann jederzeit, ja, können wir machen. Immerhin mit meinen Daten. So, so wie es aussieht, ist das Haiku-Depot quasi, ja, eine Art Paketmanager. So, einlesen von Paketquellen, das dauert jetzt einen kleinen Augenblick, weil jetzt als allererstes die Ports eingelesen werden. So, und jetzt ist das Haiku-Depot geladen. Hier kann man sich sogar anmelden. Sehr gut. So, und wir machen mal größer. So, und ja, hier haben wir dann doch einige Sachen, die man doch schon kennt, wie zum Beispiel Arduino. Hier gibt es eine grafische Oberfläche für virtuelle Maschinen mit QEMO als Backend. Also, wenn man QEMO installiert hat, kann man AQEMO eben als grafische Oberfläche installieren. Es gibt ein Paint-Malprogramm, Audacious kennt man und Audacity gibt es ebenfalls, ja, als Anwendung hier für Haiku, also für BOS, AvidMux, Bbook. So, dann gibt es auch Calibre als, ja, Verwaltung von E-Books und Caligra Suite, also Büroanwendungen. Clementine Musik Abspielprogramm und viele andere auch bekannte Sachen, wie zum Beispiel auch Flameshot für Screenshots. Alles Anwendungen, die man durchaus schon von Linux oder auch von Windows kennt. Und eine Theme-Manager und den Theme-Manager, den werde ich jetzt einfach mal installieren, weil da habe ich dann voll Bock drauf, da mal ein bisschen rumzuspielen. So, Änderungen übernehmen. Das war es im Prinzip schon, also die Installation von Software ist ja wirklich sowas von einfach. So, und das waren jetzt erstmal nur die empfohlenen Pakete. Es gibt dann hier noch den Reiter alle Pakete. Und hier kann ich dann wirklich aus dem vollen schöpfen. Also, es ist unfassbar viel Software da. Das sind 3600 Objekte, steht hier unten. Und so kann man eben Software entsprechend installieren und das Ganze auch noch, ja, entsprechend unterscheiden hier zwischen Büroanwendungen. Da gibt es dann die Kategorien, Grafikanwendungen, Geschäftsanwendungen, Tools und so weiter. Und dann kann man sich das raussuchen, was man wirklich braucht. Also, Haiku Depot. So, Icon-O-Matic. Ich nehme mal einen Icon-Verwalter, einen Installer. Magnify ist eine Lupe. So, ich werde mal diesen Magnify hier offen lassen, so dass man hier ein bisschen was sieht. So, wir machen mal weiter. Applications. So, wir waren jetzt also hier bei Magnify. So, es gibt einen Mail-Client, einen Media-Converter und einen Media-Player. Der Media-Player interessiert mich. Da haben wir hier, das sieht wirklich aus wie ein sehr einfacher Medien-Abspieler. Also, da sind auch keine weiteren Informationen dazu, was das jetzt für ein Media-Player ist. Das ist also ein eigens kreierter für Haiku, beziehungsweise für vielleicht auch einen Klon aus BOS. So, Medi-Player haben wir hier PE. Ich nehme mal an, das wird ein Text-Editor sein. Können wir mal schauen. Jawohl, ein ganz einfacher Text-Editor. Ein bisschen erweiterter sogar als der von Microsoft. Der Microsoft-Editor, der hat hier nämlich noch einige Erweiterungen, wo man ein paar Sachen noch einstellen kann. Der fehlt so ein bisschen bei dem Microsoft-Standard-Notepad quasi. So, was haben wir hier noch? People und Poorman. Poorman, was ist das? So, dann bitte den Ordner auswählen, der im Web veröffentlicht werden soll. Der Web-Server kann den standardmäßigen Public-HTML-Ordner im Home-Ordner erstellen oder einen frei zu wählenden Ordner benutzen. Ja, dann machen wir mal ein Erzeugen. So, Boot-Home-Public-HTML wurde erstellt. Und so, darin muss sich eine HTML-Datei mit dem Namen Index befinden. Okay, so, so wie es aussieht, habe ich jetzt hier einen Web-Server gestartet. Aber ich kann ja mal eine einfache HTML-Datei schnell vorbereiten und dann gucken wir mal, ob das überhaupt funktioniert. So, ich habe jetzt hier in den Ordner Public-HTML, den ja Poorman erstellt hat, habe ich jetzt hier eine Index-HTML angelegt. Und in dieser Index-HTML habe ich jetzt hier im Prinzip einen ganz einfachen, ja, HTML-Quelltext mal reingestellt. Und zwar hier ein Bild für ein Logo. Dann habe ich hier eine Überschrift, so ein Typ im Internet und dann zwei Absätze und das war es. Im Prinzip ganz einfach. Und öffnen kann ich das Ganze dann, indem ich einfach einen Browser öffne. Und zwar heißt dieser Browser Web-Positiv hier unten. Und et voilà, unter Local Host finde ich dann diese Seite. Allerdings ist dieser Browser Web-Positiv, der ist jetzt nicht so sonderlich toll. Also der zeigt auch viele Zeichen nicht an. Wenn ich also auf Webseiten ins Internet gehe, kann es sein, dass bestimmte Sachen nicht richtig angezeigt werden. Ansonsten ist das ein ganz normaler Browser. Also ich kann jetzt hier mal auf google.de oder so gehen. Und ja, dann wird eben ganz normal. Wenn wir mal auf gut Glück, heute lieber Kunst, Komödien. Das ist okay. Heute auf gut Glück, Komödien. So, und im Prinzip ist das ein ganz normaler Browser. Ja, der ist jetzt nicht der schnellste und nicht der beste. Aber er tut seinen Dienst, er funktioniert. Und ja, der HTML, mit einer HTML-Seite mal ganz fix hier veröffentlichen. Quasi zum selber programmieren zum Beispiel, kann man dann das Ganze dann hier mit Pure Man entsprechend starten. Sehr, sehr schön. Gut, dann machen wir das Ganze hier mal wieder zu. So, und können hier den Server auch abschalten, also anhalten. Und dann entsprechend fließen. So, wir haben hier Serial Connect. Ich mache mal das Magnify wieder ein bisschen in die Mitte. So, also wir haben unter Applications bei Pure Man Warmer gerade, Serial Connect, Software Updater. Das können wir auch gleich mal machen. Und dann steht hier auch, Aktualisierungen werden gesucht und auch gefunden, so wie es aussieht. Wir können mal weitere Details anzeigen. Dann wird nur angezeigt, was das für Pakete sind und was die Pakete so machen. Und 35 Aktualisierungen sind verfügbar. Und die werden wir uns jetzt hier einfach mal zu Gemüte führen. Und ich nehme mal an, dass das wirklich hier recht zügig funktioniert. Hier gibt es auch einen Haiku Loader. Ja, und ich würde sagen, dass wir uns die Updates hier mal ganz kurz gönnen. So, und während die Updates jetzt hier im Hintergrund laufen, gucken wir einfach weiter, was hier alles schon noch so verfügbar ist. So, wir haben einen Sound Recorder ist mit dabei. Styled Edit. Es gibt also zwei Editoren. Es gibt einmal den PE Editor. Das wäre dann dieser hier. Und dann gibt es noch den Styled Editor. Das wäre dann dieser hier. Ja, anders als man vermuten könnte, ist der Styled Editor hier rechts dann nicht so stylisch wie zum Beispiel der PE Editor hier links, der ja doch einige Funktionen mehr hat und einige Erweiterungen. Da der Styled Editor ist tatsächlich ein ganz, ganz einfacher Texteditor, ähnlich wie Notepad bei Windows. So, was haben wir sonst noch? So, dann gibt es ein Terminal. So, willkommen in der Haiku Shell. So, beim Terminal wird es jetzt ein bisschen schwierig, weil ich keine Ahnung habe, was hier, was das für ein Terminal ist. Ob das zum Beispiel Bash ist. Vielleicht können wir das mit Which herausfinden. Es gibt ja eine, normalerweise bei den Betriebssystemen immer eine Umgebungsvariable namens Shell. Und damit können wir dann halt herausfinden, welche Shell das Ganze ist. Und hier steht auch Bin Bash. Das ist also die Bash Shell. Das heißt, die regulären Befehle, die wir unter Bash ebenso kennen, sollten hier funktionieren, wie zum Beispiel LS, zum Anzeigen von Inhalten. Ich befinde mich also in meinem Heimverzeichnis mit LA, mit den Erweiterungen minus LA, kann ich dann auch die erweiterten Informationen anzeigen lassen und auflisten lassen. Schauen wir mal, ob Sudo installiert ist. Sudo gibt es hier nicht. Gibt es unter Haiku nicht. Und wenn ich jetzt einfach mal eintippe, Who am I? Dann wird hier einfach nur User angezeigt, weil es gibt hier keinen Benutzernamen als solche, dass man hier mehrere Benutzer irgendwie anlegen könnte. So, die Aktualisierungen sind abgeschlossen und der Rechner muss neu gestartet werden. Ich werde den Rechner jetzt aber nicht neu starten. So, und dann gibt es hier noch Vision. Und Vision ist ein IRC-Client. Das heißt, hier kann ich dann in den IRC-Chat gehen und mir dann entsprechend Kanäle, zum Beispiel Support-Kanäle suchen, um mir entsprechend zum Beispiel Hilfe zu suchen. So, ich bin jetzt hier im Haiku-Channel drin und hier sind dann eine Reihe von Nutzern, die hier verfügbar sind. Haiku selber hat auch einen eigenen Matrix-Channel, so wie es aussieht, hier auf matrix.org. Und dann gibt es hier noch eine Reihe anderer Kanäle, auf die man hier noch so zugreifen kann. Aber das soll es jetzt erst mal sein hier. So, soweit die Applikationen. Das sind jetzt die Standardanwendungen, die schon drauf sind. Und, so, dann machen wir mal weiter. Was haben wir noch unter Demos? So, da haben wir zum Beispiel eine Uhr. Und diese Uhr ist wieder ein Replikant. Das heißt, hier unten sieht man das Ganze. Jetzt habe ich das ein bisschen zu schnell losgelassen. Hier haben wir dieses Symbol, das Replikantensymbol im Prinzip. Und hierüber kann ich jetzt im Prinzip diese Anwendung überall hängen und hinlegen, wo ich das hinhaben möchte. Wenn ich draufklicke, ganz normal, kann ich sogar das Aussehen der Uhr noch verändern. Hier zum Beispiel die BE-Uhr. Sehr gut. So, wir machen aber hier den Replikanten wieder entfernen. Genauso wie wir die Uhr hier entfernen. So, und da haben wir dann hier halt eine Menge von Demos, die man dann hier, ja, ausprobieren kann. Es gibt zum Beispiel Haiku 3D, was möglicherweise nicht wirklich funktioniert. Genau, das funktioniert also nicht. Zumindest nicht auf meinem Rechner. Möglicherweise fehlen Treiber oder irgendetwas. Dann haben wir hier einen No OpenGL-Renderer Available. Also ich habe keinen OpenGL-Renderer hier verfügbar. Deshalb kann diese, die 3D-Tkanne nicht angezeigt werden. Ich nehme mal an, diese Demo-Anwendungen funktionieren bei mir. Leider alle nicht, weil ich OpenGL hier nicht installierend habe. So, wir machen mal weiter. Desktop-Applets. Dann gibt es eine Launchbox. So, die haben wir aber hier. So, und die Launchbox, das ist quasi sowas wie ein Uplett. So, und die Launchbox ist im Prinzip sowas wie ein Dock, welches man hier, ja, im Prinzip anheften kann. Man kann diese auch quer machen und dann zum Beispiel hier unten hinhängen. So ähnlich wie das bei Mac zum Beispiel ist. So, was haben wir hier? MediaPlayer, Taschenrechner. Und hier kann man dann verschiedene Anwendungen dann eben anbringen. Wenn man hier mit Rechtsklick, dann kann man das Ganze entsprechend konfigurieren. Zum Beispiel auch die Icons größer machen. Sehr, sehr cool. Ich mache aber diesen Block wieder weg. Man kann übrigens unzählige Docks einfach hier anbringen, auf dem Desktop einfach anbringen. Also verschiedene Launchboxen. So, Power- und Netzwerkstatus und eben auch verschiedene Workspaces kann man hier anbringen. Und dann kann man hier auf verschiedenen Workspaces eben hin und her wandeln. So, und dann kann ich hier noch am Erscheinungsbild ein bisschen rumarbeiten. Zum Beispiel die Standardschriftarten und die Farben festlegen, sowie die Handhaben vom Dekorator, was im Prinzip hier die Fensterdekoration ist. Da ist ja standardgemäß nur dieses eine Aussehen hier installiert. Deswegen lässt sich da nicht allzu viel jetzt einstellen. Und des Weiteren gibt es noch Hintergründe. Das interessiert mich sehr. Es gibt hier ein Standard-Hintergrundbild namens Haiku, wo hier wohl das Haiku-Logo mit drauf ist. Allerdings wird mir dieses hier gar nicht angezeigt. Ich mache mal Kein und Anwenden. Und dann machen wir nochmal Alle Arbeitsflächen. Bild, Haiku, Platzierung, passend skaliert. Okay, wir können die zentriert machen. Mal gucken. Jawohl. Und dann Anwenden. Ah ja, okay. Dann wird das auch angezeigt. Dann haben wir jetzt hier das Hintergrundbild, wo Haiku noch in der Mitte steht. Sehr, sehr gut. Wir können das auch manuell machen. Und dann kann ich hier zum Beispiel das Haiku-Logo zum Beispiel hier unten anwenden. Und dann kann ich das hier unten hinlegen. Das ist sehr, sehr schön. Ich kann das also hier einfach greifen und dann manuell einfach hinschieben, wo ich das hinhaben möchte. Zum Beispiel hier. Okay. So, und dann haben wir ja noch den Theme-Manager installiert. Den will ich mir auch mal anschauen. So, da haben wir einmal Windows 2000. Das ist dann quasi das Standard-Windows-Theme. Okay. Read-Only-File-System. Wir können mal anwenden. Mal schauen, was passiert. Okay. Das sieht jetzt nicht nach Windows ungefähr unbedingt aus. So, Haiku ist dann wahrscheinlich das Standard-Haiku. Das gefällt mir so tatsächlich am besten. Kann man gar nicht anders sagen. Und dann gibt es noch so ein ganz krasses, krasses, grelles Grün. Aber ich würde sagen, wir behalten hier einfach das Standard-Haiku-Theme. Ich glaube, das ist ganz gut. Und hier unter weitere Themes kommt man dann ins Depot rein. Und dann werden hier noch weitere Themes angezeigt. Und das scheint es auch schon gewesen zu sein. Also, es gibt tatsächlich nicht allzu viele Themes. Vielleicht nicht mehr. Also, hier sind tatsächlich nur drei Themes verfügbar. Einmal ein Icon-Theme für Qt-Applikationen, Gnome-Icon-Theme. Und für L-Breakout 2 noch ein Theme. Haiku ist in meinen Augen kein Betriebssystem für den täglichen Gebrauch. Doch mindestens nicht für den persönlichen Gebrauch als Daily Driver. Haiku ist ein Bewahrer einer Erinnerung aus einer Zeit des großen Wettrennens um die Vorherrschaft auf dem Betriebssystem. Leider ist BOS damals ein Verlierer gewesen. In diesem Rennen hat es eben nicht geschafft, Relevanz zu bekommen. Doch mit Haiku kann man sich immer wieder gerne daran zurückerinnern an die schönen Seiten dieses doch sehr stabil wirkenden Betriebssystems. Denn klar ist die Nutzung ein bisschen anders, als man es vielleicht von Windows, Mac oder auch Linux gewöhnt ist. Das liegt aber ganz einfach daran, dass sich alles über die Zeit eben weiterentwickelt hat. Und Haiku eben ein Stück weit in der Zeit auch eingefroren ist, um das zu bewahren, die Nutzeroberfläche und auch die Usability so zu bewahren, wie sie eben früher in den Ende der 90er Jahren so war. Haiku macht dadurch einen sehr, sehr stabilen und auch sehr, sehr schnellen Eindruck. Und ich hätte mir auch sehr gut vorstellen können, dass BOS damals anstelle von Microsoft sicher auch ein großer Renner auf den Personal Computermarkt gewesen wäre. Doch wie heißt es so schön? Fressen und gefressen werden. Auch BOS war einst ein gewinnorientiertes Unternehmen und Gewinne und Umsatz waren eben wichtig. Nur das Betriebssystem hatte eben keinen Absatz gefunden. Dafür haben es dann andere geschafft. Microsoft und Mac eben für den Personal Computer Bereich und BSD eben auch für den Server Markt. Ja, und mit dem Aufkommen von Open Source und dem freizugänglichen Linux Kernels war es im Prinzip für jeden möglich, ein Betriebssystem kostenfrei auf den Markt zu bringen. Aber mit Haiku kann man sich immer wieder an die schöne Zeit auch zurück erinnern. Aber was weiß ich schon? Ich bin ja nur so ein Typ im Internet. Genau. Und das ist das Glück.